Ein Ford Ranger ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in diesem großen schwarzen, fünftürigen, SUV Platz. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie, Navigationssystem, Einparkhilfe, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, und vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine satte Leistung von 200 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 32.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Die Erende XL Dienens für Wagens maravilen. Unterschiede... monk Bis zum nächsten Mal.